Hi, schön, dass du heute wieder da bist auf meinem Kanal. Ich bin Gianna Giannini. Es freut mich, dich zu sehen. Und das heutige Video enthält ein paar Trigger, die dir gewünscht wurden. Also, ich hoffe, dir gefällt es. Ich hoffe, dein Wunsch ist dabei. Und dann fangen wir gleich mal an. Und dann fangen wir mal an. Und dann fangen wir mal an. Das ist entspannend. Ach, die Kippen machen wieder mehr Blöcke. Ich habe mir eine neue Hand gekauft. Und dann fangen wir mal an. Und dann fangen wir mal an. Pachouli, Lavenda, Vanilla. Und dann fangen wir mal an. Ich habe mir mal ein bisschen. Ja, ich habe mir mal ein bisschen. Ah ja, ich bin gut und ich bin so eine Handcremsehaut. Okay, 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 ich bin so ein Schöne. Okay, ich bin so ein Schöne. So schön. Ich fange dir das. Ich fange dir das. Die Katsache. Ja. Ja. Das ist schon mal. 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 Okay. so schreit Warum nicht einfach drückermischen? Warum nicht einfach drücken? Warum nicht einfach drücken? Warum nicht einfach drücken? Warum nicht einfach drücken? Ich habe noch etwas mitgebracht. Ich weiß ja nicht, was du für Musik machst. Guck mal, wie man seht. Wenn manchmal etwas seltsam ist. Oder sagen wir ein etwas eigenes. Schreib mir doch in die Kommentare, was du gerne hören musst. Was ist dein Lieblingssong? Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Oh, ich habe Hunger. Man hört es. Madball gehöre nicht zum alten heißen. Madball blicken optimistisch in die Zukunft mit einem Album wie For the Ghost. Im Rücken können sie sich das auch leisten. Gute Zeiten für Madball-Fans. Ich mag die Schöne. Schöne. Ich mag die Schöne. Oh, Madsen hat auch ein neues Album. Hat schon länger auch nichts mehr gehört. Okay, gucke, gucke, gucke... Ich gebe dir ein wenig eigentlicho senza мыsterben. ich will die Ballantyne für meine Ballantyne jetzt ja jetzt geht's jetzt gehen wir mit wir jetzt gehen wir mit um ein bisschen ein oder ein bisschen an Okay. Schöpfe Zerstörung Kann auch manchmal sehr entspannend sein Zerstörung 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 Was ist mir jetzt ein warmes Handschuh? Oh Gott! Ich hoffe dir hat das kleine Video gefallen, auch wenn es diesmal nur kurz war und ich hoffe du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Ich würde mich sehr freuen und besuche mich gerne auf Instagram, Name steht immer unten in der description box. Machs gut, fühl dich gedrückt.